Okay, ich möchte auch alle recht herzlich begrüßen zu der Vorführung. Ich muss jetzt noch ein paar Sachen sagen. Unser Trainer, der Perni, der ist früh so oft auch bei der Meisterschaft des Wochenende. Mit der Lorena und mit der Vanessa. Die sind bei der Deutschen Meisterschaft in Schwabau. Also drückt sie bitte alle Däumen an. Und gestern waren sie auch schon bei der Deutschen Meisterschaft Kadetten. Da hat die Julia Vala aus Wackerstein den dritten Platz gemacht. Julia, jetzt muss ich mal raus. Also ich habe jetzt keine Medaille gehabt. Aber ich finde für den Mittelstädermann passt der Herzerl ganz gut. Und dann habe ich nur einen Erfolg, das war der Lukas Kistler. Und dann haben wir den zweiten Tag gemacht. Auf alle. Das war echt eine super Leistung. Applaus bitte. Ich frage sie natürlich nicht alle bei der Herzer. Okay. Von? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Musik Applaus 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 Yes. Nice. Meter. Next. Next. Ja! 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 Musik 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 Das war's, das war's, das war's! Das war's! Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. All right. 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 All right.